Die Nachrichtensender in Russland laufen auf Hochtouren und strahlen immer wieder diese Bilder aus. Mitten über der Stadt schwebt ein riesiges dreieckförmiges Raumschiff. Da mehrere hunderte Menschen dieses ungewöhnliche Flugobjekt an diesem Tag aus unterschiedlichsten Perspektiven gefilmt und fotografiert haben, schließen Experten eine Fälschung aus. Dieses dreieckige Raumschiff schwebte tatsächlich über Russland. Doch natürlich steht noch immer die Frage offen, was genau wurde denn hier gefilmt? Noch viel mysteriöser scheint jedoch, dass ein Flugkörper mit dieser ungewöhnlichen Form längst keine Seltenheit mehr für sämtliche Flugsicherheitsbehörden ist. Auch in Taiwan, Hongkong, Afghanistan und sogar in Deutschland wurden in den letzten Jahren Dutzende unbekannte Flugobjekte mit einer dreieckigen Form gesichtet. Die Nachricht Ihr wollt noch mehr paranormale Phänomene sehen? Dann besucht doch einfach mal unseren gleichnamigen YouTube-Kanal. Hier haben wir für euch unzählige Infosichtungen und Geistererscheinungen zusammengetragen. Neben dem Video- und Fotomaterial bekommt ihr hier auch die spannenden Geschichten, die hinter den Sichtungen stecken.